Was tun, wenn man sich im Wald oder Dickicht verlaufen hat? Ich bin hier in einem Waldstück drin, finde nicht mehr heraus. Ich bin jetzt hier fünf Minuten gewandert, habe meinen alten Pfad versucht zu finden. Keine Chance, alles sieht gleich aus hier, jetzt im ersten Moment. Was mache ich jetzt als allererstes? Ich schaue, ob ich die Sonne sehen kann. Wo ist die Sonne? Da habe ich schon mal einen fixen Punkt. Und dann kann ich ja schon mal entscheiden, laufe ich Richtung Sonne oder laufe ich von der Sonne weg? Oder halte ich mich eher rechts oder links? Was ich als nächstes mache, ist hier, wo ich jetzt stehe, setze ich einen markanten Punkt. Entweder scharre ich die Erde mit dem Fuß etwas blank, lege einen sichtbaren Stein hier hin oder drehe ein verrottetes Stück Holz um, sodass ich hier weiß, das hier ist mein Ausgangspunkt. Dann schaue ich mich jetzt nochmal hier richtig um. Ich gucke nochmal hoch in den Himmel. Vielleicht sehe ich durch die Baumwipfel hindurch noch einen besonders großen Baum oder vielleicht sogar einen Turm, Funkturm oder einen Berg, einen Hügel. In meiner Situation jetzt hier kann ich schon durch diese Bäume erkennen, dass da hinten eine Lichtung sein muss. Da stehen dann keine Bäume mehr. Also gehe ich als erstes mal Richtung dieser Lichtung und kann mich dann entweder am Rande entlanghangeln oder gehe direkt auf die Lichtung drauf. Habe dann natürlich noch eine bessere Übersicht. Ja, jetzt habe ich also meinen markanten Punkt verlassen. Merke mir den. Merke mir, die Sonne ist rechts von mir und laufe jetzt einfach mal direkt auf die Lichtung zu. Diese Gewächse hier sind etwa so hoch wie ich selbst. Ich kann gerade noch hier rüberschauen. Und es ist sehr beschwerlich, hier durchzukommen. Ich blicke mich noch einmal um, um mich zu vergewissern oder mir zu merken, wo ich also hergekommen bin. Gucken wir mal auf die Sonne. Die Sonne ist immer noch rechter Hand. Das heißt, ich laufe nicht im Kreis, weil es auch sehr oft vorkommt, dass man einfach im Kreis läuft und dann wieder an seinem Ausgangspunkt ankommt. Okay, das Gewächs wird immer höher. Ich kann mich jetzt eigentlich nur noch an den Baumwipfeln orientieren. Wenn ich jetzt gerade ausschaue, sehe ich nur Gestrüpp um mich herum. Würde ich jetzt nicht mehr weiterkommen, wäre das hier eine Sackgasse. Dann würde ich einfach direkt kehrt machen. Sonne, linke Hand und einfach wieder geradeaus durch, zurück zum Ausgangspunkt. Und von dort aus eine neue Entscheidung treffen, eine andere Richtung wählen. Aber noch ist die Entscheidung okay. Ich laufe einfach noch mal ein bisschen weiter geradeaus, solange es noch geht. Wo bin ich denn hier gelandet? Ich möchte ja wieder zurück auf den Wanderweg. So, jetzt kommt gleich wieder die Kante des nächsten Waldes. Die Lichtung habe ich überquert. Jetzt bin ich wieder im Wald drin. Oder am Waldrand noch. Blick nochmal zurück. Okay, Sonne, rechte Hand, alles klar. Ich bin immer noch geradeaus unterwegs. Ah, alles da. Da vorne sehe ich ein Tor. Das war jetzt einfach gut. Kleines Abenteuer. Schön. Ja, jetzt würde mich interessieren, wie helft ihr euch aus der Patsche? Habt ihr euch einmal im Wald verlaufen? Ich habe mich einmal in Deutschland im Wald verlaufen, als ich joggen war. Ein großes Waldgebiet auf den Forstwegen. Bin dort immer tiefer reingejoggt und kam dann einfach aus dem Wald nicht mehr so raus. Dahin, wo ich hin wollte, ganz genau. Also ich habe mich praktisch nicht so in der Wildnis jetzt verlaufen, mitten im Nirgendwo, so wie hier. Sondern tatsächlich in einem Wald mit Forstwegen. Bin aber dennoch nicht mehr da hingekommen, wo ich gestartet habe. Und bin dann da stundenlang umhergejoggt, habe verschiedene Wege ausprobiert, bis ich dann tatsächlich ziemlich erschöpft wieder da angekommen bin, wo ich gestartet bin. Ja, so ist das manchmal. Wie sieht es bei euch aus? Wie helft ihr euch weiter, wenn ihr euch verlauft? Habt ihr euch schon mal verlaufen? Würde mich freuen, wenn ihr mir was reinschreibt. In die Kommentare. Bestimmt auch lustig und interessant für die anderen. Okay, dann wünsche ich euch stets sicheres Wandern, ohne sich zu verlaufen. Wünsche euch viel Freude in der Natur. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüssli. Das da war übrigens der Wegweiser. Hier ist nochmal einer für den Wanderweg, der hier zu verschiedenen Quellen hinführt, die es hier gibt. Ein wunderschöner Wanderweg. Den werde ich auch immer mit euch wandern. Guck mal hier, diese schöne Flechte. Ja, wenn man hier einmal anfängt zu filmen, kann man nicht so leicht wieder aufhören. Aber ich muss ja Schluss machen, da habe ich schon Tschüss gesagt. Okay, Tschüssli.